servus liebe foto freunde mein name ist siegfried eichhorn und ich stehe hier in coburg mitten in der innenstadt um fotos zu machen und ihr seht richtig ich stehe in der nacht hier warum in der nacht weil es tagsüber hier unmöglich war für mich gute bilder zu machen es ist einfach viel zu viel los gewesen tausende touristen laufen hier durch die schönen altstädtchen jetzt werde ich dir sagen in der nacht fotos machen hast du einen vogel oder was die bilder werden doch mist aber ich zeige euch dass es trotzdem funktioniert denn heutzutage kann man wirklich mit apc mft und vollformat kameras mit einem stativ so schöne bilder machen wenn man einfach länger belichtet und was noch für die nacht fotografie spricht also zum einen keine menschen sind unterwegs zum anderen fängt man da eine stimmung ein die man sonst bei tag ja niemals so einfachen könnte mit der kamera das ist einfach unglaublich schön und es fasziniert mich auch an der nacht fotografie dass man da komplett andere bilder macht die man eigentlich so nicht erwarten würde es gibt jetzt einige sachen zu beachten und ich nehme jetzt mit zur kamera und wir machen gleich mal das erste bild hinter mir von der ehrenburg eins der haupt motive hier in coburg meine kamera steht hier auf dem stativ und ich zeige jetzt mal schritt für schritt wie ich so ein bild einfach von hier oben aufnehmen und auf was ich dabei achte zum einen ist es für mich jetzt wichtig diese laternen mit einzubinden das heißt wenn ich laternen irgendwo sehen möchte ich blendsterne haben weil ich weiß dass mein weitwinkel objektiv ich habe das 16 bis 35 g master von sony drauf macht super schöne blenden sterne das nutze ich aus und werde auf einer sehr hohen blendenzahl fotografieren das heißt f 18 f 20 oder sowas und um da überhaupt was zu sehen muss ich sehr sehr lang belichten und das ganze funktioniert nur im manuellen modus wenn ihr einfach die möglichkeit habt alle parameter einzustellen jetzt gehen wir mal an die kamera ins display und ich zeige euch wie ich das bild einfach machen ist ja eigentlich ganz easy kommen im allerersten schritt drücke ich meine c4 taste an der sony a 73 um hier die bildkomposition zu bestimmen und was man hier ganz gut sehen kann hier so ein rondell und das setze ich mir jetzt mittig weil wenn ich jetzt die ehrenburg mittig nehmen würde würde ich hier zu viel von der straße sehen ich richte mir jetzt einfach mal nach dem rondell aus knallt die kamera so fest auch so dass ich hier keine lampen rechts abschneiden so habe ich das von der jetzt genau mittig und ich sehe jetzt hier diese alten straßenlaternen 1 2 3 4 die als blendensterne super gute herkommen ok nächsten schritt fokussiere ich jetzt manuell würde jetzt tatsächlich vorschlagen und gehen mit der display lupe danach ran und zwar hierher sie am focus ring den focus manuell jetzt habe ich ihn gefunden so lasse ich das jetzt auch knackscharf als nächstes werde ich jetzt eine super hohe blendenzahlen da kommen wir jetzt bei f20 oder so was raus und ihr seht ja ganz genau auf dem display alles ist super dunkel jetzt gehe ich mit der belichtungszeit hoch sagen wir mal auf 15 sekunden und ich bleibe jetzt auch bewusst auf 15 sekunden weil sonst würden die sterne wenn man welche sieht oben drüber zu große lichtspuren mit sich ziehen also ich bleibe 15 sekunden auf 35 millimeter und drehe jetzt die iso ganz einfach hoch dass ich hier auf plus minus null rauskommen in meiner belichtungswaage alles ist jetzt eingestellt ich drücke ab auf blende 20 macht das bild und dann habe ich schon den ersten hammer hier im kasten und zwar in der nacht und wichtig ist auch dass man im raw format fotografiert geil dann hast du einfach noch alle möglichkeiten um in der nachbearbeitung das bild noch etwas aufzuhellen oder im himmel was zu machen auf dem kleinen display der sony bin ich einfach immer unsicher in der nacht ob das bild gut geworden ist aber wenn die schärfe passt hat man schon mal gewonnen und jetzt drehe ich mich einfach nur mal in die richtung und fotografiere auf das landestheater auch von dieser position aus die zweite mögliche perspektive diese ehrenburg zu fotografieren wir auch noch mal von hier oben aber von weiter links und zwar hat man hier dieses rondell oder diesen schönen park der angelegt ist noch viel schöner im blick was toll bei dem park ist hier laufen so linien auf diese statue in der mitte des parks zu und eigentlich wäre es super gut hier noch weiter rechts zu stehen dass ich genau zentriert auf diese linie schießen kann aber es funktioniert nicht weil hier rechts sind diese fahnenmasten die machen mir das bild kaputt also bin ich leicht links daneben also nicht genau mittig aber es funktioniert trotzdem so das bild was ich jetzt eben mache ist dass ich nochmal neu an fokussiere und zwar fokussiere ich jetzt nicht den park hier an sondern die ehrenburg im hintergrund macht es wieder hier über meine display lupe geht daran bin auf einer 2 8er blende zunächst weil auf einer 2 8er blende ist viel viel einfacher zu fokussieren als auf einer 18er blende das sind einfach die schritte länger die ich machen muss hier am fokus ring einen fokus zu finden also merkt euch das immer auf einer kleinen blende fokussieren wenn der fokus sitzt ich bin auch hier im manuellen fokus dann schraube ich die blende zu und hier wieder bewusst zu machen weil ich diese schönen blenden sterne haben möchte von dem von den laternen die außen rum sind mein stativ steht auch hier etwas wackelig auf der mauer aber dadurch dass es schön schwer ist vertraue ich dem ganzen und am tag kriegt man halt auch keine blenden sterne hin ist auch klar aber das waren jetzt hier schon mal zwei gute bilder von der ehrenburg die sonst wenig leute machen und auch gut sehr schön jetzt gehen wir mal nach unten und schauen mal was von unten möglich ist so freunde jetzt stehe ich hier unten am schlossplatz und fotografiere das landestheater in der stadt ist es ganz oft so wie auch hier dass man eine superschöne führungslinie findet man muss halt echt nur die augen offen halten jetzt sehe ich gerade hier unten sehe ich die straße wirklich schön links rechts in meine ecken zulaufen und das gebäude fällt gar nicht zusammen weil ich trotzdem die möglichkeit habe noch so ziemlich waagrecht darauf zu shooten das könnte echt ganz gut funktionieren ein thema habe ich aber mit dem schatten deswegen werde ich jetzt hier ein selbstauslöser von zwei sekunden wählen und renne hier schnell aus dem bild raus dass meine schatten hier nicht drauf zu sehen sind alle höchstens die schatten vom stativ und die sind leichter weg retuschierbar sage ich mal als wenn da noch eine person draufsteht so mache ich das bild mit denselben einstellungen und ist einfach das schöne manuellen modus der fokus sitzt alles ist perfekt eingestellt ich muss eigentlich nur noch auf den auslöser drücken und es wird ein gutes bild so schnell raus aus ja nicht da wenn dann vor die kamera so nächste location ich habe auch schon wieder aufgebaut ich bin hier im innenhof des schlosses ehrenburg und dieser torbogen oder dieser durchgang erinnert mich total an den hofgarten in münchen da gibt es auch solche schöne torbögen habe ich auch schon bilder gemacht und genau das setze ich hier auch genauso um ich habe die kamera ins hochformat gestellt habe sie so hoch wie es geht gestellt dass ich nicht allzu sehr nach oben gehen muss weil auch hier gilt wenn ich nach oben fotografieren weitwinkel fallen mir die wände komplett zusammen deswegen versuche ich möglichst parallel zu schruten bin auch etwas rausgegangen damit hier diesen schönen torbogen oder halt hier diese schöne fassade noch mit aufnehmen kann jetzt habe ich hier nur ein thema wenn ich das foto mache dann habe ich hier innen drin sehr viel licht dahinter ist sowieso ein schwarzes loch aber der torbogen hier an sich den muss ich extra anleuchten mit dieser led leuchte die mich gerade finden und ich zeige euch kurz wie es macht ich würde jetzt hier einfach mal eine zwei sekunden vorauslösung machen macht das bild insgesamt fünf sekunden lang damit ich zeit habe mit dem led licht von oben nach unten einmal durch zu gehen einfach nur um hier ja die front einfach von diesem bogen schön mit aufzunehmen ja und das ganze auf eine f13 ich fokussiere hinten auf das ende des tunnels weil da mein blick einfach hinfällt der muss knack scharf sein auf einer 13er blende das passt jetzt zeige ich euch wie es macht ich bin jetzt auf 3300 kelvin das erzeugt jetzt hier ein schön warmes licht weil hier dieser sandstein ist auch warm der ist nicht irgendwie kalt weiß sondern warm und auf 75 prozent werde jetzt einfach mal von oben kurz nach unten gehen dann gehe ich weg mit dem licht und so machen wir das jetzt erst mal auslösen okay die kamera macht jetzt das licht gehe ich einmal drauf und gehe raus und hammer foto es ist schön ausgeleuchtet und darum ging es man sieht den torbogen alles ein cooles bild so habe ich noch nie gesehen obwohl ich hier schon öfter bei tag war aber das ist schon mal wieder knaller und die Und zum Abschluss meiner nächtlichen Fototour nehme ich euch jetzt noch mal mit hier in den Coburger Hauptbahnhof. Den haben sie immer vor Jahren schön renoviert und da gibt es dieses schöne Kachelmuster, die so weiß-schwarz ist. Das kann man auch ganz gut sogar auch aus der Hand echt cool einfangen und ich hoffe jetzt wirklich, dass hier in der Nacht keine Leute drin sind. Im Querformat wird es hier im Bahnhof auch gut funktionieren. Die Linientführung ist da. Bam. Geil. Und schaut euch mal hier dieses Muster an, von den Kacheln und diesen schönen Halbkreis auf dem Boden. Genau dasselbe, diesen Halbkreis habt ihr auch oben in der Decke. Also ich denke so auf 16mm oder auf 14mm wäre noch besser, kann man hier ein ganz gutes Bild hinkriegen. Bei dem Bild jetzt hier zumindest in der Nacht ist es wichtig auch einigermaßen dunkle Klamotten anzuhaben, sonst spiegelt man sich hier sehr in den Scheiben. Hier habt ihr Glasscheiben, die zu sind. Auf der anderen Seite habt ihr auch solche Glasscheiben. Deswegen bin ich jetzt ganz dankbar, dass ich dunkle Klamotten habe. So, jetzt gehen wir mal die Sache an. Ich versuche das jetzt hier auch aus der Hand wirklich zu machen. Auf, sagen wir mal, einer 1,50 Belichtungszeit. Das kann ich noch gut halten. Ich werde von der ISO auf ISO 1000 gehen und eine 8er Blende wählen. Fokussieren tue ich natürlich wieder ganz nach vorne und dann kriege ich das hier schon ganz gut hin, glaube ich mal. Und jetzt kann man eben hier mit der Höhe der Kamera spielen. Hier gilt dasselbe. Umso mehr ich die Kamera nach oben neige, desto stärker fallen die Säulen zusammen. Aber ich kriege einfach auch viel mehr drauf. Hier von dem Halbkreis unten und oben von der Decke. Hier schaue ich jetzt einfach auch nur, dass ich genau mittig stehe, dass meine Kamera in der Lage ist. Und so baller ich los. Einmal aus der Position. Und einmal auch aus einer hohen Position. Und halte die Kamera recht waagerecht. Oh, da bräuchte ich jetzt echt einen 14mm. Ich komme nicht weiter nach hinten. Schwierig. Aber ich gebe mir Mühe. Und so kann man auch hier am Bahnhof gute Bilder bei Nacht machen. Wenn euch das Video getaugt habt, Leute, gebt mir gerne einen Like dafür. Vielleicht habe ich euch ein bisschen inspiriert, selber mal nachts eure Erfahrungen mit der Kamera draußen zu machen. Es kommen bestimmt ein paar gute Bilder raus. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nachmachen und bis bald. Euer Siggi vom Ammersee, heute aus Coburg.